einen wunderschönen guten abend meine lieben sportsfreunde auf maverick tv der onkel mal wieder in neukölln unterwegs auf der street mit einem guten schuss sangrita ja die weihnachtszeit steht vor der tür deswegen meine lieben sportskameraden wir werden natürlich auf maverick tv am boxing day den premier league spieltag an weihnachten den englischen natürlich hier präsentieren mit einer prognose auch in den silvestertagen ansonsten kommt ja die vier chancen tournee sage ich schon die tournee die vier springer tournee ich bin eigentlich skisprung fan habe es jetzt vergessen wie die vier chancen tournee dann ist ja noch die darts wm aber da sind jetzt auch tage wo man wo wir ein bisschen zur ruhe kommen müssen deswegen unten in die kommentare meine lieben wer würde sich denn auf jeden fall freuen wenn hier mal so ein zwei weihnachts videos kommen mit wie der onkel zum beispiel den weihnachtsbaum schmückt und wie ich was schönes polnisches zu weihnachten zubereite koche also unten in die video beschreibung falls ihr eben diese art von weihnachts stimmlichen videos hier auf jeden fall zu zu nicht zu gesicht bekommen wollt sondern einfach zu schauen zum schauen bekommen möchte und das würde mich sehr freuen denn ich würde sagen die weihnachtszeit da muss auch was weihnachtliches kommen wie man geschenke einpackt deswegen also meine lieben sportfreunde so sieht übrigens noch mal ein ticket automat aus den ich zu früheren jahren und auch den späteren sehr sehr selten besucht habe meine lieben sportfreunde nicht besucht habe sondern benutzt habe denn in neukölln oder besser gesagt die neuköllner fahren black wie ich so schön sage in diesem sinne noch mal ein schlückchen sangarita auf besinnliche schöne gesunde weihnachtsfeiertage meine lieben sportfreunde in diesem sinne bis zum nächsten video bis zum nächsten video